Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von The Witch of Fern Island. So, als ich heute Morgen aufgewacht bin, hat sich dieser neue Quest von alleine aufgetan. Und ich meine auch in dem Update gelesen zu haben, dass ein neuer Hauptquest, genau, Mainquest, zur Questreihe hinzugefügt wurde. Ich denke mal, das ist der. Und, ja, wir haben ganz schön zu tun heute. Okay. 1008, ja. Ich frage mich, wie die Leute das erweitert haben. Ich habe das schon gesehen auf Hard Copies, Screenshots, dass die das hier erweitert haben. Keine Ahnung, weil die Erweiterung, die bei Frieda ja noch ist, das ist ja der Kessel. Naja, okay, so, wir machen erst mal weiter. Nicht lange verzagen. So, dann geht das ab hier. Wir haben jetzt hier... Oh, das gibt ja drei Stück. Ach, die haben hier, das glaube ich, auch angepasst. Ne, hier steht 3D Mask. Ja, okay, super. Zwei Bronze Barren. Die haben, das stand auch in den Update-Geschichten, dass die das ein bisschen angepasst haben. Weil das wohl zu teuer war, weil die Leute sich beschwert haben. So, dann brauche ich Metall-Essenz. Jawohl. Gib mir mal das Holz da. Nein, ich will das Holz da haben. Danke. Einfach nur, weil es hier rumliegt. So, dann haben wir hier... Das ist noch nicht fertig. Ich meine, die ist gewartet, ne? Okay, die müssen aber morgen fertig sein, die Jumpkins. Okay, und dann hole ich noch mal... Zwei Morchelsamen. Jawohl. Zwei Morchelsamen. Zwei Morchelsamen. Ihr seid ja sowieso noch im Stall drin. Dass ich euch nicht richtig sträucheln kann. Jawohl. Und jawohl. So. Ich sehe, du bist da schon wieder im Stall drin. Okay, ich habe verstanden. Ich sehe, du bist da schon wieder im Stall drin. Eins. I. I. Sollte ich so an dich? Ja. Wow, das gefällt mir. Mal ohne, dass ich den Stall verschieben musste. So. Alter, ich habe nur was vergessen. Den Garnik habe ich vergessen. Ich muss ja irgendwann... Ich glaube, sechs Blätter hatte ich jetzt. Oder so. Dann hole ich mir hier die Belohnung. Das war hier, ne? Ja. Potion of Resilience. Aha. Potion of Resilience. Was ist das? Okay. Ach so, okay. Da habe ich weniger Damage. So, also. Pilze. Die Barren. Die Eier. Dann, lass uns in die Stadt gehen. Wie viele habe ich denn hier noch drin? Das reicht gerade noch für einen Tag. Und da muss ich mir was einfallen lassen. So. Oh, ein Blatt. Ein Blatt. Jetzt habe ich, wie gesagt, acht oder neun. Danke schön. Super. Weil dann können wir den einen... Ich wäre nämlich froh, wenn diese Altar-Geschichten dann schon mal erledigt sind und diese ganzen Tettels hier verschwinden. Und dann... Nikas. So. Dann ins Museum. Sunday. So. Morgen ist neue Jahreszeit. Und... Morgen kann ich auch neue Geschenke verteilen. Guck mal, sie hat auch schon wieder eine Quest abgekommt. Ah, Heartbeat. That's wonderful. So. Aber ja. Habe ich jetzt einen neuen Quest gekriegt? Oder war das... Okay. Einfach nur der Abschluss, oder wie? Na dann. Ach, hier die Hangouts. Warte mal. Das sind nämlich die hier. Hatte das Cassandra schon immer? Ja, hat sie. Aber das ist ja, wie gesagt, Hauptquest. Das ist hier auch gar nicht abge... Na okay, Hauptquest ist wieder was anderes. Das sind ja nicht die Quests, die du von denen kriegst. So. Einmal eine kleine Spende. Donate. Ist jetzt Komplett. Super, super, super. Dann fehlen nämlich nur noch drei Geschichten. Nämlich der Topaz und noch drei, äh, zwei Mineralien. Und, äh, das ist nämlich noch das Problem. So, sehr schön. Dir wollte ich ein Geburtstagsgeschenk geben. Ich wusste aber nicht, dass du auch noch ein Quest hast für mich. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay. So. Gift. Äh, Giftfilm. Hm. Okay. Dann hab ich dir jetzt auch Geburtstagsgeschenk. Aber das hat keine Quest gegeben. Das war genau wie bei dem anderen nochmal der Abschluss, ne? Das Abschlussblabla. Okay. Okay, 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 okay. So, dann haben wir das. Dann will ich den Cliff-Altar, da muss ich erst mal runter, den Cliff-Altar machen. Das heißt, ich muss erst mit Simibor sprechen, ne? Das ist näher. So, wo muss ich lang? So. Ja, ist richtig. Naja, ich geh immer mit Escape raus, ne? Halt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist so ein Ding. Ich möchte gerne... So, wie komm ich da jetzt ran? Danke. Also, wie ja, die haben sie echt neu hingemacht. Aber ich weiß noch nicht, was die Dinger bedeuten. Und ob ich irgendwo sehe, wie viel ich aktiviert habe. So, Simibor. Hier steht ja sonst hier immer dumm rum, ne? Aber jetzt, wo ich ihn brauche, nicht. Bist du im Häuschen? Auch nicht. Bist du, der steht immer hier sonst. Aber jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Dann nehmen wir erst mal die Morcheln da mit. Morcheln sind immer gut. Und dann fliege ich doch erst mal zu dem Altar, dass ich das loswerde. Und gucke nachher nochmal nach Simibor. Hier sind ganz viele Mooncups auch. Kannst du nicht lassen, ne? Okay, dann lass erst mal zum Altar. Weil ich jetzt nicht weiß, wo er ist. Altar. Hier hin. Und dann gehen wir nochmal diese Knoten da abklopfen. Besen, Besen, Besen. Da. So, Dela. Dum, da, dum, da, dum. Dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum. Komm hoch. Danke. Da sind Spinnen. Die will ich jetzt nicht haben. Ah, ich gehe immer mit Escape raus, ne? Geh mal. So. Da die Richtung. Da ist der Altar. Das ist der Neudepaftischwein. Der ist Neudepaftischwein. Den hatte ich nämlich auch noch nicht. Die sind ja jetzt erst dazugekommen. So. Teleporteclips, genau. Okay, so. Lass mal kurz gucken. Ja, das ist natürlich auch toll. Weiß. Dass hier gleich so ein Spuckpilz ist. So, warte mal. Dann will ich... Da muss ich mal hinfliegen. Und hier muss ich mal gucken. Hier ist so eine Treppe. Ich muss da rüber, irgendwie. Ich habe keinen Bock zu klettern. Das sind diese Windräder, ne? Hier sind noch ein Paftischwein. Mal gucken. Ja, das muss auch neu sein. Äh, Karte. Karte, Karte, Karte. Paffi, paffi, paffi. So, dann halte ich mal ein bisschen links. So, genau. Das Ding wollte ich. Da ist auch das... Ein besonderes Holz. Zitronen. Okay. Jetzt haben wir hier. Breeze Mint. Tja, ich glaube nicht, dass ich Topasse da in den Dingern finde. Und hier wollte ich noch hin. Aber da laufe ich jetzt mal hin. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo was Interessantes gibt. Da ist Holz. Füchse ohne Ende. Da ist ein... Auf jeden Fall noch ein Paffi-Schwein. Das Rezept werde ich noch gar nicht haben, was da drin ist. Da ist ein Portal. Hier sind auch noch mal... Aber das ist nur Kupfer. Ach, hallo, Herr Wahl. So, Portal. Okay. Und in die Richtung muss ich auch weiter. Das ist Grimwood. Ich muss hier wieder runter. Jawohl. Was liegt denn da? So, das Rätsel machen wir auch später. Spinno. Woodman Charme. Okay. Das lag hier jetzt einfach so rum. Okay. Wenn du meinst. Aber ich suche noch diese eine Not. Die muss jetzt hier rechts von... Da ist sie. Ich sehe sie. So, dann ist hier auch noch so ein Ding. Und hier... Käse. Die Rezepte mit Spargel und so. Das habe ich alles noch gar nicht. Glaube ich nämlich nicht. Ich möchte gern... Ja, Pafti, Pafti, Pafti. So, den wollte ich abbauen. Oh, da war mal ein Spinno drin. Das kriegt sofort die Schildkröte. Ach, hier ist das Strandstück. Aber Kisten habe ich hier gar nicht gesehen. Neue, ne? Okay, dann haben wir ja eigentlich... Ja, das haben wir noch nicht erforscht. Aber dann können wir... Pass auf, wir fliegen dann mal zu der neuen Turtle. Geben der den Topaz. Warte mal, das schreibe ich mir mal auf. Topaz-Türtel. Und dann geht es ab zu Simibor. Und dann ist, glaube ich, der Tag schon wieder rum. So. Einmal... Liegen. In irgendwelche Richtung auch immer. Erstmal hoch. Oh, das sieht stark aus. Wow. Ähm. Ich werde immer mit Escape aus dieser Karte gehen. Ja, wo ist denn... Das ist aber ein bisschen... Da muss ich hin. Und ich kann nicht höher fliegen. Oh, ey, sag mal... Jetzt weiß ich, warum das hier die Cliffs heißt. Da ist auch noch ein Paff, die schreien. Ich muss mir das alles mal angucken. Also, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Erstmal zu Turtle. Er dreht sie mir einfach den Rücken zu. Hallo. Ich... Nein. Achso, ich muss... Ja. So. Okay. Alles klärchen. Das ist da ein Rätsel. Da ist auch noch was Interesse. Da kann ich jetzt nicht gucken. Weil es schon wieder so spät ist und ich zu Simibormus. Pass auf, da teleportiere ich mich erstmal nach Hause. Das geht nämlich schneller. Da bin ich nämlich schon ein Stück des Weges. Und... Also, warte mal. Neben dem Topaz fehlt mir noch das Mineral Beryllium und Painite. Ja, da weiß ich aber nicht, ob es die schon irgendwo gibt. Und... Weil so langsam... Weil die ganze Karte ja hier nun auch aufgedeckt ist. So langsam müssten sie ja mal dann alles im Spiel haben. Ah ja, schon wieder falsch gedrückt. Na komm. Besen auf der 6. Oh, der sieht auch stark aus. So, da. Nun langsam müssten sie alles im Spiel haben. Was sie im Spiel haben wollen. Ja, ist er. Ich sag doch, der steht sonst immer vor seinem Haus rum. So. Wird, ich klicke das hier erstmal weiter. Wir sehen das ja dann, was er von uns will. A matter of trust. Na komm. So. A matter of trust. Talk to me, Wuta. Das war die Bürgermeisterin, ne? Ah, Bürgermeister... Ja, das war die Bürgermeisterin. Äh, Miwuta. Okay. Muss ich dir was schenken? Nee. Okay, zu den Katzendingern sind wir jetzt gar nicht gekommen. Acht Stück müssen wir noch in der Steppe. Okay. Das ist aber sehr, sehr selten, ne? Dass da ein Topaz drin ist. So. Und das dauert auch ewig, bis du die auf drei oder vier Sterne hast, ne? Wie ich sie jetzt brauche. So. Und... Weil da musst du ja dann so viel abbauen. Das heißt, ähm... Hilft das auch, wenn ich da was verkaufe oder so? Metall... Metall... Nee. Metall-Mineralien. Hier sind die... Hier fehlen ja auch schon wieder zwei. Haben die dann zwei neue? Also auf der Karte für Metalle sehe ich keine anderen. So. Hier fehlen aber auch drei noch. Wie gesagt, zwei habe ich noch gar nicht. Denn Diamanten müsste ich auch der Schildkröte geben, ne? Glaube ich. Verkauf zehn in deinem Stall. Beim Quarz wäre das noch möglich. Use it 1. Warte mal, lass mal kurz gucken. Level 3. Level 3. Level 3. Quatsch. Mineralien. Mineralien. Da. Na, Amethysten müsste ich ja bald mal 15 gesammelt haben. Haben wir auf zwei Sterne. Zwei Sterne. Opal. Malachid und so, weil das haben wir kaum, ne? Ich habe noch nicht mal zehn davon. Das kann aber nicht sein. Weil zehn muss ich schon gehabt haben, weil ich ja zum... Oder ganz knapp. Disclaimer Prices. Vitrine. Pink Quarz. Ja, das ist... Black. Marriott. Marriott. Safia. Spillow. Diamond. Desert Rose. Die Desert Rose dürfte nicht so schwer sein. Da müssen wir einfach nur mal in die Wüste und in den Schlamm, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber Quarz, warte, ich muss ja sowieso... Ja, hier, guck mal, wir nehmen jetzt zehn Quarz. Ja, dann sind hier auch... Ja, Desert Rose muss ich einfach nur mal... Ah, Amethyst weiß ich nicht. Nee, hier haben wir auch noch nicht. Zitrine würde fast noch gehen. Aber da bin ich jetzt erst mal vorsichtig. Oh, dann lass mal... Pilze. Dann haben wir hier die Samen. So, wie viel habe ich jetzt denn von den Dingern? Neun. Also fehlt noch eins. Ach, das dürfte ja auch nicht mehr allzu schwer sein. Dann packen wir jetzt hier mal zehn Quarz rein. Dass wir da auch schon mal auf drei sind. Ich muss sowieso gucken, was ich verkaufe. Vielleicht kümmere ich mich da jetzt mal drum, was ich so schönes herstellen kann. Dann gucken wir noch mal kurz, ob die Hühners hier einsammen sind. Du bist drinnen. Auch drin. Aber ein Schneckchen, ne? Das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht, das große Netz, muss ich sagen. Damit trifft man wirklich sehr viel besser. Ohne Witz. So, grob. Da ist noch ein Schneckchen. Aber es ist wirklich viel leichter als mit dem Kleinen. Super. Gut, dann gucken wir auch noch mal, ob wir ganz schnell noch mal was herstellen können. Ne, das sind Fische. Das rein, das rein, das. Ne, das kommt in die andere Kiste. Das auch, das. Tiere, Tiere. Das und das und das. Okay. Wir könnten ja Potions herstellen, weil ich muss da ja sowieso verschiedene herstellen für Dingens, Bummens, für die Examen. Warte mal. Speed Potion. Times Crafted String. Töne Boleto Sister. Alter. Ach, ich sehe gerade was. Ich habe da hier noch. Ich meine, jetzt verpflege ich mich nicht mehr so schnell, ne? Weil ich ja jetzt auf dem Besen die Karte habe. Und ein Boletos. Und ein Boletos. Split. Dann das nächste, Lumberjack. Nessel, Bonnetus, Ginger, Sizzle. Nessel, Bonnetus, Ginger, Sizzle. Ich glaube, Nesseln habe ich nicht mehr so viel. Doch. Und noch ein Bonnetus. Dann nehmen wir den. Aber das dauert mir jetzt zu lange. Ich will ja richtig viel von irgendwas herstellen. Warte mal. Zehn Muscheln und Holz. Was war das? Ja, da bin ich ja noch weit von entfernt. Ich gucke hier mal so. Aha, aha. Ah, nee, Saphir. Ah, hier brauchen wir jetzt das Spiritwood. Alles klar. Ah, das ist mir jetzt alles zu viel hier auf die Schnelle. Nee, das habe ich ja schon mal gar nicht. Zehn Gimms. Nee, nix mit Fiber. Schöne Glaze. Nee, ich würde hier mal die Dinger noch machen. Zehn Muscheln. Ich habe da ja... Äh. 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 Na. Tank. Und weil da... Da musst du ja nur da an den Strand gehen, ey. Und da ist ja... Das wahre Paradies. Tank. Und Split. An den einen. Wenn man dann Zeit hat zu sammeln, ne? So, warte. Einfach nur das, was zum Verkaufen da ist. So, mal sehen, wie ich hier... Okay, super. Zehn. Das waren nur zehn. Und es gibt auch nur 30, ne? Ach so, okay. Dann packen wir die zehn hier schon mal rein. Einfach das, was zum Verkaufen da ist. Ich habe ja schon viel... Sachen verkaufen können. Also, ich brauche ja gar nicht mehr so viel Geld jetzt. Also, ich habe ja nun wirklich schon viel gekauft. Ich habe ja, glaube ich, auch die Bauchpläne... Ah ja, genau, die habe ich ja auch gemacht. Und die benutze ich ja noch gar nicht. So, sonst noch irgendwas, was schnell geht. Also, das ist alles mit Fiber... Kärfe... Na, mal eben so schnell... Was ist das? Okay. Ah. Da koche ich, wie gesagt, lieber was. Die Kosmos, habe ich die überhaupt schon? Ja, habe ich. Okay. So, dann hätte ich aber alles erledigt für heute. Das Wichtigste. Ich hoffe ja mal, dass hier morgen mal was fertig ist, dass ich das nächste erledigen kann. Von der Ernte, meine ich. Ne? Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.